Ohne Kabel, ohne Mischer, Freitagabend, Wolfgang Fischer Herzlich Willkommen zu meiner dritten Ausgabe von Ohne Kabel, ohne Mischer, Freitagabend, Wolfgang Fischer Heute spiele ich für euch ein ganz altes, altes Lied von mir, das ist schon ewig her, 1993 habe ich das geschrieben und seit damals sind 28 Jahre vergangen, natürlich waren damals auch die Zeiten anders und ich bin auch schon 28 Jahre älter aber ist egal, der Titel der Nummer nennt sich Walter Essen ist fertig, Gulasch aus der Dose, häng dir dein Geschirrtuch um, mach keine Flecken in die Hose, weil sonst, kriegt die Frau wieder nen Schrei am Fall, es gibt nen Mordskrawall und den hört man überall, auch bei den Nachbarn, die sowieso über dich reden sich aufregen, wenn sie aufstehen, um dich im Vollrausch zu sehen Dieser Walter, sagen sie, mit seinem Alter kommt er nie Zur Pension in einem Jahr steht seine Frau alleine da Er steht am Klo, lässt hinunter, Walter ist noch nicht ganz munter In der Zeitung steht wie Stenen, in Kroatien dreckig geht, doch Walter lässt Das alles kalt, Walter muss schon wieder bald So wie in all den vielen Jahren wieder mal zur Arbeit fahren und er fährt Er fährt Walter, wenn er zu ist, leiter, Walter, wenn er zu schnell fährt, zeralter, Walter Wenn er gut drauf ist, malter, Walter Er ist eben ein guter Freund, vom eigenen Gartenzaun umzäunt Walter hat heute Nacht geträumt, sein Nachbar wär sein Freund Er dirigiert, danach der Arbeit ungeniert Die Symphonie beim Rundenzahlen beim Franz in seinem Stammlokal Er fährt Bis in höchste Spitzen Da rauf ist malter, Walter Er ist eben ein armes Schwein Walters Frau ist Posteheim und kriegt der Walter einen Schleim Lässt alles malen einfach sein Walter, wenn er zu ist, leiter, Walter, wenn er zu schnell fährt, zeralter, Walter, wenn er gut drauf ist, malter, Walter Er wird leben, bis er stirbt, solange er noch trinkt und frisst, er hat die Frage nie riskiert Warum er Walter ist Herzlichen Dank fürs Zuschauen, schön, dass du dabei warst, bis nächsten Freitag Und eins darfst du nicht vergessen Mischt der Bauer Gift in die Butter, ist er bestimmt für die Schwiegermutter Es gibt einen Schleimter Er ist ja auch genau Er ist ja auch Er ist ein Schwiegermutter Vielen Dank.